Musik Bevor Sie beginnen, besprühen Sie jede Sektion mit etwas Haarspray. Für diese Technik teilen Sie das Percé ca. 10 cm breit ab. Legen Sie die Folie unter das Percé und falten diese seitlich in der gezeigten Technik. Bei sehr langem Haar verwenden Sie für die Längen und Spitzen eine weitere Folie. Nun falten Sie die Folie mit einem Z-Falz. Die Struktur verändert sich je nach der Anzahl der Falten. Erhitzen Sie mit einem Glätteisen das Folienpäckchen und fixieren dieses mit einem Clips. Und Percés werden in derselben Technik verarbeitet. Und Percés werden mit einem Z-Falz. Und Percés werden mit einem Z-Falz. Und Percés werden mit einem Z-Falz. FALZ Office Untertitelung des ZDF, 2020 Nach dem Auskühlen werden die Folien entfernt und das Ergebnis wird sichtbar. Diese Technik eignet sich besonders gut für Hochsteckfrisuren oder kreative Arbeiten. Evelin verarbeitet gerne Passé für Passé für einzelne Elemente einer Hochsteckfrisur. Untertitelung des ZDF, 2020